Gut, Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 15.59 Uhr. Na, dann können wir ja eigentlich schon loslegen. Ja, also herzlich willkommen beim Linux-Einsteiger-Vortrag. Ich habe lange keinen solchen mehr gehalten. Meistens werde ich engagiert, um irgendwelche Spezialsachen zu zeigen, wie man irgendwas besonders Trickreiches mit Linux lösen kann oder das eine oder andere Programm, was neu und interessant ist. Aber heute versuche ich mich mal an einem Vortrag wirklich für Linux-Einsteiger und solche, die es möglicherweise werden wollen. Ja, was ist Linux? Alexa, was ist Linux? Als Linux oder nur Linux bezeichnet man in der Regel freie, Unix-ähnliche Mehrbenutzerbetriebssysteme, die auf dem Linux-Körner und wesentlich auf New Software basieren. Naja, wenn man das hört, will man eigentlich gar nicht mehr einsteigen in Linux. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengesucht, die ein bisschen einfacher sich anhören. Also eigentlich ist Linux nur der Kern eines Betriebssystems. Ein Betriebssystem ist das, was den Computer zum Laufen bringt. Also die Treiber, die Software, die dafür sorgt, dass die Geräte, der Bildschirm, die Maus, die Tastatur funktionieren. Und das Projekt stammt aus dem Jahr 1991. Da hatte Linus Torvalds, damals ein finnischer Student, heute Softwareentwickler mit einer eigenen Firma, ein solches Betriebssystem für die damals aufkommenden i386-PCs gestartet. Vorher waren PCs auch für den Normalanwender unerschwinglich teuer. Und mit dem Aufkommen der ersten Personal-Computer, die man sich wirklich schon leisten konnte, war es dann auch interessant, dort Betriebssysteme zu haben, die man sich ebenfalls leisten konnte. Seine Idee war natürlich, das Betriebssystem dann auch für alle verfügbar zu machen. Und als ein Projekt, wo dann möglichst viele daran teilnehmen sollen, hat er sich überlegt, das unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen. Also heute setzt man Linux eigentlich synonym für diesen Systemkern mit den Treibern für die Hardware und Anwender und Systemprogramme. Ja, unser Sprachassistent hat da gerade was von Nu oder Gnu erzählt. Das ist die Free Software Foundation, die sich bemüht, alle Software, die man für die tägliche Arbeit, zum Surfen, zum Spielen und fürs Internet braucht, als eine frei verfügbare, kostenlose Alternative zu den proprietären Anbietern herauszubringen. Tatsächlich ist von der Menge her die freie Software, also die kostenlos und als Bauplan verfügbare in der Mehrheit. Und natürlich auch sonstige Software. Auf einem Linux-Betriebssystem kann man sowohl Open-Source-Software als auch proprietäre Software laufen lassen. Und wie wir sehen werden, kann man sogar das eine oder andere Windows-Programm unter Linux starten, wenn man das braucht. Das Ganze als Komplettsystem, also wenn jemand sagt, ich habe mir gerade Linux installiert, dann bedeutet das eben nicht, er hat den Computer irgendwie zum Laufen gebracht mit diesem Betriebssystem, sondern er kann auch damit arbeiten, hat also eine Desktop-Oberfläche mit allen Programmen, die man zum täglichen Arbeiten so braucht. Ja, vor noch nicht allzu langer Zeit, also es ist keine zehn Jahre her, habe ich versucht, immer so ein bisschen Werbung zu machen für Linux, einfach mal ausprobieren. Mehr Leute sollten Linux benutzen. Heute haben wir den interessanten Fall, dass Linux tatsächlich, das stimmt, das dominante Betriebssystem weltweit ist. Das hat bloß keiner gemerkt. Denn es läuft in Bereichen, wo wir es gar nicht wahrnehmen, nämlich bei Smart-TVs, bei 85 Prozent aller Smartphones, die weltweit verkauft werden, läuft Linux drauf unter dem Markennamen Android. Wenn Sie sich auf so einem Android-Smartphone eine Shell installieren, dann können Sie da ganz normal wie auf einem Desktop-System reingucken, was für Prozesse laufen, sehen, ah ja, das sieht ja alles Unix-ähnlich aus. Die ganze Architektur dahinter basiert auf dem Linux-Körnel. Auch Access-Points in den meisten Haushalten wird so ein Access-Point sein, der WLAN und LAN zur Verfügung stellt. Und auf sehr vielen Netzwerkkomponenten läuft überall Linux drauf. Auch die sprachgesteuerten Assistenzsysteme, also eigentlich auch diese Alexa da, läuft unter Linux. Da ist auch so ein Minicomputer drin in dem Gehäuse, wo ein kleiner Linux-Körnel mit einem oder ein paar Programmen draufläuft, die ihre Sprachdaten in die Cloud übertragen und zurück. Es ist übrigens bei diesem Gerät tatsächlich so, dass erst dann etwas übertragen wird, ach nee, ich soll ja nicht rauslaufen, dass tatsächlich dann erst etwas übertragen wird in die Cloud, wenn der Name des Gerätes ausgesprochen wird. Ich habe es auch nachgemessen, es stimmt. Und Sie können dort sich Ihre Sprachaufnahmen auch anhören und alle wieder löschen. Das ist also von den ganzen Sprachassistenzsystemen eins, wo ich sagen muss, da ist es transparent für mich, damit kann ich leben. Vielleicht möchte man auch ein paar Sprachaufnahmen wieder löschen. Das kann man dort machen. Bei anderen Sprachassistenzsystemen weiß man nicht so genau, wo die Daten tatsächlich landen. Ja, Multimediageräte, Haushaltsroboter, Minicomputer, Cloud Computing und die meisten der Top 500 Supercomputer der Welt laufen auch unter Linux. Also tatsächlich brauchen wir gar keine Werbung mehr zu machen. Es bringt auch niemandem was, denn durch die Anzahl von Linux-Installationen verdient niemand was. Warum das so ist, werden wir sehen. Also Werbung für Linux zu machen und dadurch Geld verdienen zu wollen, lohnt sich tatsächlich kommerziell nicht. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man zeigen möchte, was man damit so alles machen kann. So ein paar typische Linux-Geräte sind eben diese Minicomputer, der hier links oben, der ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt als Raspberry Pi. Genau, damit kann man so kleine Bastelprojekte machen. Das ist ein Computer für 35 Euro mit HDMI-Anschluss, USB und allem, was man so für die Schule brauchen kann. Damit kann man auch ganz normal Desktop-Computing machen. Da läuft LibreOffice drauf, Firefox, Programmiersprachen, alles, was man für den Unterricht brauchen kann. Und der kostet halt nur einen Bruchteil von dem, was die großen Computer kosten. Ja, Haushaltsroboter wie Staubsaugerroboter, einige davon laufen mit Mikrocontrollern, die haben gar kein Betriebssystem. Die etwas intelligenteren davon, die laufen dann mit einem kleinen Linux drauf. Einige haben auch ein Webcam. Damit kann man dann aus dem Urlaub die Wohnung reinigen lassen und gucken, ob man vielleicht die Katze aus Versehen eingeschlossen hat und mit dem Ding im Haus rumfahren. Auf den meisten Smartphones habe ich schon erwähnt, 85 Prozent Marktanteil für das Android-Betriebssystem, was halt mit dem Linux-Körnel läuft. Quadrocopter, auch bekannt. Diese intelligenten Drohnen, die selbstständig Strecken abfliegen können, die Ihnen per Smartphone-App sagen können, wo Sie gerade sind, Videos speichern und so. Da läuft auch ein Linux drauf. Haushaltselektronik und Access Points, Netzwerkgeräte haben auch einen sehr, sehr hohen Linux-Anteil. Es gibt natürlich auch proprietäre Geräte, die ein herstellerspezifisches Betriebssystem haben. Die sind dann halt etwas teurer. Und ja, Autos laufen teilweise auch mit Linux, allerdings nicht da, wo Sie es denken. Also nicht in der Steuerung des Motors, der Bremsen oder irgendwelcher lebenserhaltenden Systeme, sondern da wird Linux vor allem in der Unterhaltungselektronik eingesetzt und bei selbstfahrenden Autos eben auch zu Zwecken der Erkennung von Straßenschildern. Aber alles, was wirklich mit Sicherheit und mit dem Leben von Personen zu tun hat, da soll eigentlich gar kein Betriebssystem zum Einsatz kommen, sondern ganz harte Elektronik mit Mikrocontroller und einem Prozess, der läuft und das Ganze steuert. Da ist alles, was zu viel an Betriebssystemen läuft, eher kontraproduktiv. Aber so ein Tablet, wo man sich seine Lieblingsmusik per Spracheingabe holen kann, Navigationssysteme oder Ähnliches, die laufen dort im Auto unter Linux. Also eigentlich brauchen wir keine Werbung mehr dafür zu machen. Alle haben es bereits. Selbst jemand, der denkt, ich habe Linux noch nie benutzt, benutzt täglich 20, 30 Geräte, die alle mit Linux laufen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum soll man das jetzt, wenn es sowieso schon jeder hat, auch noch auf dem Notebook installieren, wo man vielleicht schon ein anderes Betriebssystem drauf hat, womit man zufrieden ist. Das ist auch meines Erachtens die falsche Frage. Ich will also niemanden davon überzeugen, der auf seinem Notebook ein Betriebssystem drauf hat, mit dem er gut arbeiten kann, da jetzt was anderes zu installieren. Es gibt Gründe dafür und dagegen, Linux zu benutzen. Schauen wir uns erst mal an, was ist denn anders bei Linux als bei anderen Betriebssystemen. Die Technik an sich, also was man mit Linux alles machen kann und die Hardware-Unterstützung, würde ich sagen, die ist mehr oder weniger bei allen Betriebssystemen gleich. Ob Sie jetzt auf einem Rechner Windows, Mac, Apple-Betriebssystem, Linux, BSD oder sonst irgendwas installieren, der wird irgendwie funktionieren und vielleicht auch unterschiedlich schnell sein, aber da geht alles. Also das alleine ist jetzt kein Grund, Linux installieren zu wollen, weil der Rechner dann irgendwie besser funktioniert. Ein paar Sachen kann man unter Linux machen, die man bei anderen Betriebssystemen nicht machen kann, weil man dort, und da kommt dieses Stichwort Unix mit rein, weil man dort eine Trennung hat zwischen dem Betriebssystem und dem Anwenderprogramm. Ich kann zum Beispiel mein Desktop-System austauschen durch ein anderes und kann mir dann einen Würfel bauen oder auch was Größeres, wo ich all meine Applikationen, die ich im Fullscreen-Modus gleichzeitig benutzen möchte, ablegen kann. Apple hat das inzwischen auch übernommen, dass man so einen Monitor-Modus hat, wo man sieht, wie die Programme gerade laufen, was die alles tun und schnell vom einen zum anderen Programm wechseln kann. Jetzt kann man sagen, dass mit dem Desktop-Drehen ist eigentlich Spielerei und diese gummiartigen Fenster, die sind zwar auch nett, die kosten übrigens keinerlei CPU-Zeit. Hier unten diese kleine schwarze Box, wo die CPU-Auslastung drinsteht, die bleibt immer auf Null, egal wie schnell ich diesen Würfel oder das runde Ding hier drehe oder ob ich an ein Fenster wackele oder mit Feuer- und Wassereffekten hantiere. CPU-Auslastung habe ich keine, aber wofür brauche ich das? Naja, es sind ein paar Sachen dabei, die wirklich nützlich sind. Zum Beispiel diese Mauslupe, die brauche ich im Unterricht ständig, wenn ich mal was vergrößern oder zeigen will. Das ist viel besser als ein Laserpointer. Auch, dass ich einfach mal was auf dem Bildschirm markieren kann mit der Maus. Das ist auch relativ fest dann da, bleibt also über die einzelnen Desktops erhalten. Gut, die etwas spektakulärere Variante davon, der Feuereffekt, damit kann man die Studenten wieder aufwecken, wenn sie kurz eingenickt sind und dann wieder an die Tafel schauen und da brennt dann alles. Das ist dann wieder eher Spielerei. Ja, aber auch diese Übersichtsfunktionen, Vollbildvergrößerung und einige, die vorhin da waren, haben es vielleicht schon gesehen, dass man auch mit Kopfbewegungen die Maus steuern kann, dass wir auch mit Sprachausgabe arbeiten können. Das heißt, auch Programme, die grafisch sind, wie das Open Office, kann man mithilfe von Sprachausgabe für blinde Menschen zugänglich machen, die dann eben auch mit einem Computer arbeiten können, der eigentlich nicht für sie von der Oberfläche her konstruiert ist. Ja, also all diese Dinge bieten schon einen gewissen Mehrwert, dass ich unter Linux relativ flexibel bin und mir nicht für teures Geld Plugins dazukaufen muss, die diese Sachen erledigen können. Und wie gesagt, einige von diesen Spezialeffekten sind für den Unterricht sehr, sehr nützlich und verwende ich tatsächlich sehr oft. Gut, das eigentlich Besondere an Linux ist gar nicht mal so sehr die Technik, sondern was man damit machen darf. Nehmen wir mal ein anderes Betriebssystem, Windows. Haben Sie schon mal Windows gekauft? Garantiert haben Sie Windows nicht gekauft. Sie können Windows nicht kaufen, Sie können Windows nur mieten. Wenn Sie nämlich etwas kaufen, sind Sie der Eigentümer. Das heißt, wenn Sie der Eigentümer sind, dann dürfen Sie das verändern, Sie dürfen es jemand anders schenken, Sie dürfen es modifizieren, Ihren Wünschen anpassen. Das ist halt wie eine Eigentumswohnung oder ein Haus, was einem gehört. Damit darf ich alles machen. Das dürfen Sie offensichtlich mit Windows nicht tun. Da sagt der Hersteller, Sie dürfen es benutzen. Sie müssen Lizenzgebühren bezahlen, aber das haben Sie eh schon. Wenn Sie den Rechner mit Windows drauf gekauft haben, dann ist die Gebühr da schon mitbezahlt worden. Aber sonst dürfen Sie mit dem Ding nur als Einzelperson arbeiten. Sie dürfen es halt nicht nehmen, kopieren, jemand anders weitergeben. Damit verstoßen Sie gegen die Lizenz. Machen trotzdem viele, aber ist nicht erlaubt. Also Windows zu kaufen oder proprietäre Software zu kaufen, das geht allein deswegen nicht, weil die Eigentumsverhältnisse nicht auf Sie übergehen können. Die Lizenz sagt, Sie dürfen eine Nutzungsgebühr bezahlen und die Software selber verbleibt im Eigentum des Herstellers. Das steht übrigens auf dem Datenträger auch drauf. Nicht mal den können Sie kaufen. Sie bekommen den nur quasi geliehen und dürfen von dem die Software installieren. Aber Sie dürfen diesen Datenträger eben auch nicht weitergeben oder gar kopieren. Das ist der Unterschied zwischen Eigentum, wo man was kaufen kann und einer, wie ich es nennen würde, Miete. Bei der Open-Source-Lizenz, unter der Linux steht, sieht es anders aus. Da dürfen Sie die Software nutzen und zwar kostenlos. Das ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Auf dem App Store und so gibt es ganz viele Programme, die man kostenlos nutzen darf. Aber Sie dürfen die Software auch kopieren, selber verändern, wenn Sie es nicht selber verändern können, weil Ihnen die Programmierkenntnisse fehlen. Engagieren Sie jemanden, der das für Sie macht und das ist legal. Sie dürfen das Original und auch die veränderte Version auch weitergeben. Sie dürfen damit auch Geld verdienen. Sie können zum Beispiel Open Office so anpassen, dass es auf die Bedürfnisse einer Firma oder eines Unternehmens passt und für diese Arbeit, die Sie reingesteckt haben, Geld nehmen, ohne dass Sie irgendjemand Lizenzkosten bezahlen müssten, weil Sie jetzt sein Programm verändert haben. Also diese Dinge sind ohne Zusatzkosten tatsächlich explizit erlaubt. Und das war eigentlich auch die einzige Chance für den Linus Torwals damals, als Einzelprogrammierer ein Projekt loszutreten, wo sich später 700, 800,000 Leute beteiligt haben, die das freiwillig weiterentwickelt haben, weil sie selber damit auch Geld verdienen konnten und etwas schaffen konnten, was für sie funktioniert. Also das ist vielleicht tatsächlich etwas Besonderes. Der Nutzer des Linux-Systems ist also Eigentümer, nicht nur der Mieter und bestimmt selber über Einsatz, Umfang, Updates oder Upgrades. Ich werde auch von niemand gezwungen, irgendwelche Updates zu installieren, so nach dem Motto, ja, entweder kaufst du die neue Version oder deine alte Version wird aufhören zu funktionieren am 01.01.2019. Das gibt es unter Linux nicht. Also wir haben hier einen gewissen Grad von Freiheit, Herstellerunabhängigkeit. Selbst wenn ich das Linux von einem Hersteller installiert habe, kann ich trotzdem Programme eines anderen Herstellers legal installieren oder anpassen lassen, sodass sie auf diesem anderen Linux funktionieren. Ja, auch Nachhaltigkeit. Ich kann mich darauf verlassen, dass mein Rechner morgen noch funktionieren wird und niemand mir die Software einfach ausknipst, weil ich ein wichtiges Update verpasst habe. Und ein gewisses Maß an Sicherheit, denn dadurch, dass ich den Quelltext, also den Bauplan der Software auch besitzen und ändern darf, kann ich Fehler auch selber reparieren. Wenn der Hersteller das nicht für mich tut, eine Sicherheitslücke ausmerzen, kann ich jemanden engagieren, der das tut. Und das geht bei proprietärer Software nicht, weil es verboten ist. Da können Sie niemand anders beauftragen, die Software des Herstellers zu modifizieren, weil der das nicht zulässt. Und bei Open-Source-Software ist das eben einfach legal. Und das ist das, was es für viele kommerzielle Unternehmen interessant macht. Und man mag jetzt von Google halten, was man will. Google hat das natürlich erkannt und Linux als Basisbetriebssystem für seine mobilen Geräte verwendet, weil es eben möglich ist, all diese Sachen zu tun, ohne irgendjemand dafür bezahlen zu müssen. Für diejenigen, die das machen, das System verändern und weitergeben, gibt es allerdings aufgrund dieser Lizenz, dieser speziellen Lizenz des Linux-Körnels, eine Pflicht. Die müssen nämlich bei Weitergabe einer veränderten Version auch den Bauplan mitliefern. Das heißt, von dem Android, was auf den Geräten drauf ist, haben Sie das Recht, den kompletten Quelltext zu erhalten und auch selber zu modifizieren. Es sei denn, Sie würden es nur nutzen, aber nicht die Software selber verwenden. Das ist ein etwas komplexerer Fall. Wäre was für ein fortgeschrittener Kurs. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, auf jedem Smartphone, wo Android draufläuft, auch ein Open-Source-Android, was aus rein freier Software, ohne irgendwelche weiteren Dinge des Herstellers zu installieren und selber zu warten, selber abzudaten. Auch noch ganz alte Smartphones, wo der Hersteller schon längst aufgegeben hat, Android-Version 2.2 läuft noch drauf. Da können Sie mithilfe des Open-Source-Android eine Android-Version 7 installieren. Das heißt übrigens Lineage OS, dieses Projekt, wo man neue Android-Versionen für ältere Smartphones installieren kann. Aber jetzt schweife ich schon wieder etwas zu weit ab. Gut. Also Linux ist auf Kooperation ausgelegt. Zusammenarbeit, dass man mit anderen Arbeiten entwickeln, spielen und eben auch durch offene Schnittstellen zusammenarbeiten kann. Es wird möglichst wenig geheim gehalten. Die Schnittstellen sind offengelegt. Man kann also sehr leicht Programme schreiben, die mit anderen Programmen zusammen funktionieren. funktionieren. Ja, jetzt kommt die Frage natürlich auf, aber Linux kostenlos ist es ja jetzt nur auch nicht. Entweder man braucht sehr viel Wissen. Ja, kann nicht schaden. Je mehr man über sein Betriebssystem weiß, desto effizienter kann man damit arbeiten. Oder man kauft es sich irgendwo oder bezahlt jemand, damit er das installiert auf dem Rechner. Es gibt immer mal so ein paar Kleinigkeiten, wo was nicht richtig funktioniert, wo irgendjemand, der Spezialist ist, einen Kniff weiß, wie es dann doch funktioniert. Also ganz kostenlos ist es ja dann auch nicht. Und tatsächlich gibt es Spezies, die sagen, nee, ich zahle keinen Cent. Und die sitzen dann Tage und Wochen an ihrem Rechner und versuchen, bestimmte Sachen zum Laufen zu kriegen. Finde ich auch ineffizient. An der Stelle sollte man lieber jemanden fragen, der weiß, wie es geht. Ja, man kann einige Linux-Distributionen auch käuflich erwerben. Das, was man bezahlt, ist aber nicht das Recht, das Betriebssystem zu benutzen, wie bei den proprietären Betriebssystemen, sondern man bekommt dafür tatsächlich eine Herstellergarantie. Der Hersteller sagt uns also, das wird funktionieren. Und wenn nicht, dann hast du 30 Tage Telefonsupport. Ich will versuchen, es zum Laufen zu kriegen. Schlimmstenfalls kannst du das zurückgeben, kriegst dein Geld wieder. Ja, das ist ja mal was Tolles. Ich kann was zurückgeben und kriege tatsächlich mein Geld wieder. Das geht übrigens auch bei Windows. Bei Bedarf erzähle ich, wie es geht. Wenn Sie ein Windows-Notebook gekauft haben, können Sie die Windows-Lizenz zurückgeben und bekommen den Kaufpreis von Windows. Naja, gut. Kostenloser Download und Installation in Eigenregie ist auch möglich. Das sagt die Open-Source-Lizenz. Die Nutzung der Software kostet nichts. Die Verbreitung der Software ist erlaubt. Also darf man es auch kostenlos runterladen, selber installieren, wenn man sich das zutraut. Einige Softwarefirmen bieten auch Software an, die nicht Open-Source ist, also proprietäre Software für Linux. Da fallen dann Nutzungslizenzgebühren für einzelne Programme an. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Meistens gibt es für eine Aufgabe mehrere Programme mit unterschiedlichen Lizenzmodellen und man pickt sich dann das raus, was einem am besten gefällt. Es gibt fünf, sechs verschiedene Office-Pakete. Einige kosten Geld. Das LibreOffice oder Open-Office kennen die meisten von Ihnen. Das kostet kein Geld und da ist die Installation auch recht einfach. Aber manchmal braucht man schon so einen kleinen Einführungskurs, um da zu erfahren, wie man ein Diagramm richtig zeichnet oder eine Tabelle richtig anlegt. Da ist dann halt die Lernkurve etwas höher vielleicht. Außer man kauft sich ein Buch, aber dann habe ich wieder Geld ausgegeben. Also der Eigentümer des Systems hat die Wahl, kann zwischen verschiedenen Lizenzmodellen und verschiedenen Programmen wählen. Das heißt, wir haben auch nicht einen Browser, der mit dem System kommt, sondern gleich fünf verschiedene Stücke und dann muss man sich halt angucken, welcher davon passt auf meine Bedürfnisse am besten. Ja, was kann man mit Linux machen? Arbeiten, kommunizieren, lernen, spielen. Wenn man sich mal so durch die Menüs eines Linux-Systems durchklickt, ja, hier haben wir noch einen offenen Desktop, findet man ganz viele Software, sortiert nach Kategorien. Dass mein Desktop so ein bisschen altbacken aussieht, bitte ich zu entschuldigen. Ich bin auch schon etwas älter und ich kenne halt diese Menüstruktur und ich mag die auch. Ich habe das nicht so gerne, wenn sich auf dem Desktop zu viel bewegt und irgendwelche Kacheln durch die Gegend fliegen und mir Sachen anzeigen will, die ich jetzt gar nicht brauchen kann und deswegen habe ich das so eingestellt, dass es dieses ganz klassische Startmenü hat, wo ich die Applikationen einfach in Untermenüs habe. Wie das Ding aussieht später, das bleibt dem Anwender überlassen. Die meisten moderneren Linux-Desktops, die arbeiten auch mit so einer Oberfläche, wo halt auf dem Desktop quer verstreut alle möglichen Sachen drauf sind und dann auch sofort immer im Fullscreen-Modus laufen, wenn man irgendwas anklickt. Aber auch da kann ich mir aussuchen, wie es aussieht. Wenn Sie das mögen, können Sie den Desktop so einstellen, dass er aussieht wie Windows XP oder 95 oder Windows 2000. Das geht. Man kann es zum Verwechseln ähnlich einstellen, wenn man die Windows-Oberfläche mag oder die Mac-Oberfläche. Wie gesagt, ich habe ganz gerne dieses etwas altbackene Menü, weil ich mich damit besser zurechtfinde. Ja, unter Barrierefreiheit ein paar sehr interessante Sachen. Das eine, was ich vorhin kurz vorgeführt hatte, war dieses Via-Cam, wo man mit Kopfbewegungen und einer eingebauten Webcam die Maus steuern kann, Bilder malen kann, damit auch auf jeden Fall arbeiten kann auf dem Desktop, ohne die Hände zu benutzen. Ist für motorisch eingeschränkte Personen eine ganz praktische Sache. Ist auf meinem Live-System übrigens auch standardmäßig installiert. dann für sehbehinderte Sprachausgaben. Daisy Player ist so ein Menü-Audiosystem für entsprechende Multimedia-CDs. Unterbildung, jede Menge Lernspiele und einführen ins Programmieren, in Chemie, in Physik. Notensatz. GeoGebra ist eine Mathematik-Software und für ganz kleine Kinder das G-Compri. Da lernt man als Kind den Computer kennen, Maus und Tastatur zu benutzen und die ersten Buchstaben auf der Tastatur zu erkennen. Ja, wie Ro-Software, LibreOffice ist standardmäßig bei den meisten Linux-Distributionen installiert als große Office-Anwendung. Kann auch Word- und Excel-Dateien öffnen. Es wird etwas anders aussehen. Das liegt einfach daran, dass diese Microsoft-Zeichensätze wie Arial standardmäßig nicht auf dem Linux-Rechner drauf sind, aber die können Sie installieren. Sie können tatsächlich mit Arial und Co. auch auf einem Linux-Rechner arbeiten. Die Fonts sind von der Microsoft-Homepage kostenlos downloadbar und dürfen auch legal unter Linux verwendet werden. Dürfen nur nicht verbreitet werden. Ja, Entwicklung ist einer der großen Stärken. Viele Programmiersprachen gibt es unter Linux. Tatsächlich verwenden auch viele Windows-Anwender virtuelle Linux-Maschinen, um dort zu programmieren in einer Umgebung, wo eben besonders viele Programmiersprachen gut unterstützt werden. Ja, auch Grafik braucht sich nicht zu verstecken. Videoschnittprogramme, Grafikbearbeitungsprogramme, 3D-Konstruktionsprogramme. Eins davon lernen wir dann in unserem 3D-Workshop auch kennen. Internetzugangs-Software verschiedener Art, Web-Browser, auch für Anonymisierung, der Tor-Browser, wenn man irgendwo im Ausland seine IP-Adresse verstecken muss, wenn man sonst nicht an bestimmte Inhalte kommt oder für Journalisten manchmal wichtig, dass man nicht zurückverfolgt werden kann, wenn man einen kritischen Artikel gepostet hat. Dafür gibt es eben auch Software, die hier unter Internet steht. Ja, ich habe mich überzeugen lassen, dass Spiele die Softwarewelt antreiben. Wenn bestimmte Spiele nicht installiert sind, dann sinkt die Akzeptanz eines Linux-Systems gravierend. Das ist der einzige Grund, warum hier so viele in dem Menü drin sind. Ich benutze davon höchstens 2-3 Mal zum Vorführen, aber bei den meisten weiß ich gar nicht so genau, was die tun. Die meisten wurden mir von Benutzern vorgeschlagen, weil die ganz toll sein sollen und sie kein Linux-System anfassen würden, wenn nicht ihr Lieblingsspiel dabei ist. Man hat die Wahl. Gut, Systemwerkzeuge sind für Systemreparatur, Updates, auch das Reparieren zum Beispiel von gelöschten USB-Sticks. Die kann man unter Linux wiederherstellen, also formatierte SD-Karten von einer Videokamera. Da kann man die Videos wiederherstellen, die Bilder, falls man die verloren hat, durch versehentliches Klicken auf Karte formatieren. Dafür gibt es die entsprechenden Tools in diesem Menü. Unterhaltungsmedien natürlich auch. Man kann alle möglichen Formate abspielen. Über Kopierschutz sage ich gleich noch was. Über den Wine auch. Ja, und unter Zubehör finden sich dann so nützliche Sachen auch für Lehrer, wie diese elektronische Tafel hier, mit der man auch PDFs annotieren, also bearbeiten kann, eigene Dinge reinschreiben kann. Die Musterlösung der Klausur zum Beispiel direkt in das PDF von der Klausur reinzuschreiben und auch mal eben ad hoc eine Skizze zu malen. Also mit Software sind wir unter Linux eigentlich ganz gut versorgt. Alles, was man so zum täglichen Leben braucht, auch als Lehrer, ist mit dabei. Ja, eigentlich das Gleiche wie bei den anderen Betriebssystemen auch. Man kann sich auch hier wieder aussuchen, nämlich ein kommerzielles Programm, wo ich wieder Lizenzgebühren bezahlen müsste. Aber das, was bei den Linux-Distributionen standardmäßig dabei ist, eignet sich zum Arbeiten genauso gut und kostet weder etwas, noch ist es irgendwie eingeschränkt in der Verbreitung oder in den Rechten, die der Benutzer bekommt. Oft wird auch gesagt, das Linux macht den Rechner schneller. Das kann es natürlich nicht. Weder wird die CPU übertaktet, noch läuft die Grafikkarte jetzt mit doppelt so viel Frames wie vorher. Aber was tatsächlich stimmt, das Betriebssystem selber braucht sehr wenig Hauptspeicher. Also diese Grafikeffekte, die man hier gesehen hat, die laufen immer noch auf dem allerersten IPC von Asus mit nicht mal einem Gigabyte Hauptspeicher, einer ganz schwachen CPU, genauso flüssig wie hier, weil das die Grafikkarte intern handhaben kann und die entsprechenden Treiber, die unter Linux in dem Körnel drin sind, die machen das sehr, sehr effizient. Und dadurch hat man das Gefühl, der Rechner wäre jetzt vielleicht doppelt oder dreimal so schnell geworden. Im Extremfall, wenn man einen alten Rechner hat und installiert auf dem einen Linux, dann kann man damit arbeiten wie mit einem ganz neuen, sagen zumindest einige. Ich habe viele solche Rechner, wo Windows 10 überhaupt nicht mehr laufen würde, weil die zu wenig Hauptspeicher oder zu wenig Festplatten Platz haben und Linux läuft da drauf sehr, sehr ordentlich. Ja, wo ist der Haken dabei? Irgendwo gibt es dann immer irgendwas, was nicht stimmt oder man installiert Linux, plötzlich sind alle Daten weg oder es wird irgendwas in die Cloud gepostet oder so. Nee, das ist nicht so. Aber einige Software, die man vielleicht bisher verwendet hat, gibt es möglicherweise nicht unter Linux. Ja, das mag daran liegen, dass ein Linux-Desktop-System im Gegensatz zu diesen mobilen Geräten, wo man ja sehr schwer drankommt an den Flash-Speicher, der drin ist. Bei den PCs kann man einfach die Festplatte tauschen. Bei den Android-Geräten dürfte man sich da etwas schwer tun. Da muss man also erst mal durch den Bootloader durch, durch das Recovery, um da was zu verändern. Kopierschutz oder generell alle künstlichen Einschränkungen, dass man bestimmte Sachen nicht machen darf als Benutzer, die sind unter Linux sehr schwierig zu realisieren. Deswegen gibt es einige Programme, die es entweder gar nicht unter Linux oder nicht für Linux gibt oder die relativ schwer zum Funktionieren zu bekommen sind. Einige von Ihnen kennen vielleicht auch dieses UEFI Secure Boot. Das gibt es seit einigen Jahren und das soll verhindern, angeblich, dass sich Viren installieren oder Schadsoftware. Tatsächlich installiert sich die Schadsoftware trotzdem, trotz UEFI Secure Boot. Das verhindert aber leider, dass man ein anderes Betriebssystem startet als das, was auf dem Rechner schon drauf ist. Es ist also auch so eine Art Kopierschutz. Man hätte damit viel, viel mehr machen können. Das UEFI ist quasi schon ein Mini-Betriebssystem, in dem würden auch spezielle UEFI-Spiele laufen. Da geht die Maus, da geht die Tastatur mit der richtigen Belegung, da kann man was mit Grafik machen. Tatsächlich benutzen die es die meisten Hersteller einfach nur, damit keiner ein anderes Betriebssystem auf dem Rechner installiert. Warum? Naja, Garantiefragen. Wenn sich jemand mit einem anderen Betriebssystem was kaputt macht auf dem Rechner, dann heißt es immer, der Rechner ist futsch und möchte Schadenersatz haben. Und die verhindern das dann einfach, indem sie mit UEFI Secure Boot dafür sorgen, dass man eben kein Linux installieren können soll. Das heißt, Installation und Start anderer Betriebssysteme ist da von der Firmware des Rechners her abgeschottet. Hierfür gibt es Lösungen. Einige davon zeige ich auch, zumindest die legalen. Allerdings macht das zusätzlich einmalige Arbeit. Die muss man zum Investieren bereit sein oder jemand fragen, der weiß, wie es geht. Ja, erstes Problem. Man hat ein ganz wichtiges Windows-Programm, auf das man nicht verzichten möchte. Und das gibt es nicht für Linux. Was mache ich jetzt? Es gibt tatsächlich eine Software, die wahrscheinlich jeder von uns einmal pro Jahr anschmeißen muss. Elster, Steuererklärung. Und da gibt es ganz tolle Programme und alle laufen unter Windows. Was macht man da? Das Problem ist gelöst. Es gibt eine Webseite winehq.org. Da kann man Applikationen nachschlagen, die mit der Software Wine unter Linux zum Laufen zu bekommen sind. Da habe ich die Adresse falsch eingetragen, aber im Browser kann ich es anklicken. winehq.org. Wine steht offiziell nicht, aber tatsächlich ist es einer für Windows-Emulator. Mit dem kann man eben Windows-Programme unter Linux installieren und laufen lassen. Und in dieser AppDB hier kann man jetzt nach Software suchen. Die Top Ten, die am häufigsten nachgefragt werden, sind in dieser Liste drin. Was meinen Sie, was da Top Ten sind? Und natürlich wieder 3D-Ballerspiele. Wie könnte es anders sein? Das scheint das zu sein, was unter Windows extrem wichtig ist. Und wenn das nicht unter Linux funktioniert, dann ist alles vorbei. Naja, hier steht also, wie man diese Sachen unter Linux zum Laufen kriegt, aber natürlich auch sinnvolle Programme. Man kann in dieser Liste browsen und dann gucken, was gibt es denn alles für Software, zum Beispiel für Elster oder für Steuererklärung. Und dann kann man sich die Sachen hier ansehen. Ich greife mir jetzt mal irgendeines raus. Und dann kommt hier eine Tabelle und da ist schon ein Rating drin. Das sagt, Gold, Platin, Silber sind die Sachen, die gut funktionieren unter Linux mit Hilfe von diesem Wine. Und Bronze heißt, einige Funktionen sind nicht verfügbar. Und dann gibt es noch Garbage. Garbage bedeutet, es hat überhaupt noch keiner zum Laufen bekommen. Gibt es auch, ist eher selten. Hier ist eins dabei. Eine Version ist Gold, läuft super. Eine Version ist Garbage, hat niemand zum Laufen bekommen. Also da kann man sich informieren, ob das Lieblingsprogramm, was man unbedingt braucht, auf das man nicht verzichten möchte, trotzdem irgendwie unter Linux zum Laufen zu bewegen ist. Und da sind dann auch Tipps drin, wie derjenige, der diesen Report geschrieben hat, es geschafft hat, dass es dann läuft. Manchmal ist es wirklich einfach nur, auf den Installer zu klicken, also auf install.exe, Installation durchlaufen lassen. Und dann hat man im Menü ein Windows-Programm unter Linux drin und es geht einfach. Ist häufig so. Ich habe relativ wenig Windows-Programme, die ich wirklich brauche. Ein schönes Programm ist Apophysis, womit man so 3D-Grafiken mit Fraktalen zeichnen kann. Einige der Knoppix-Hintergrund-Grafiken, wie diese hier zum Beispiel, sind mit diesem Programm gemacht worden. Das sind also zwei Fraktale, die hier übereinander liegen. Sehr schöne Sache, womit man viel Zeit verschwenden kann. Ja, wirklich Arbeit ist es jetzt nicht, aber auf jeden Fall etwas, wo das Windows-Programm ganz hervorragend auch unter Linux funktioniert hat. Und man muss es noch nicht mal installieren, sondern einfach nur anklicken. Ja, einige Programme gibt es auch eben wegen diesem fehlenden Kopierschutz nicht. Ja, zum Beispiel Streaming von Inhalten. Man möchte ja als Anbieter nicht, dass jemand sich diesen Film runterlädt auf den Rechner und dem irgendwem weitergibt. Man soll zwar bezahlen und diesen Film sehen können, per Livestreaming, aber es ist nicht gewollt, dass der Film lokal gespeichert wird. Sie kennen alle diese Streaming-Anbieter. Ich bin als Laie erschüttert, dass es so weit gekommen ist, dass das tatsächlich ein kommerzielles Geschäftsmodell ist. Ich war es gewohnt, dass Fernsehen nichts kostet. Ich bin noch so alt. Aber gut, ist ein legitimes Ansinnen. Die geben ja auch viel Geld aus für neue, interessante, super Serien, wo man stundenlang vorm Fernseher sitzt und auf die nächste Folge wartet. Die wollen das nicht, dass man die irgendwie runterlädt, kopiert und gar weitergibt. Auch einige Applikationen gehören dazu, wo der Hersteller nicht möchte, dass man rausfindet, wie die funktioniert, diese Anwendung. Die werden dann für Linux nicht bereitgestellt. Zum Glück gibt es für diese oft Online-Versionen. Das heißt, Sie benutzen Ihren Browser, gehen dann auf die Webseite des Anbieters und können dann die Online-Version dieser Applikation in dem Linux-Browser verwenden. Zum Beispiel bei Skype geht es wunderbar. Ich habe also kein Skype auf dem Rechner installiert. Wenn ich mal Skype benutzen möchte oder muss, dann gehe ich auf die Skype-Online-Webseite und benutze Skype einfach ganz normal im Browser mit Video, mit Mikrofon und allem und es funktioniert. Brauche ich also kein Programm dazu installieren. Ja, dann dieses UEFI Secure Boot. Das wird den meisten Probleme machen, die einen Rechner besitzen, der bei jedem Versuch von DVD oder USB-Stick zu starten sagt, geht nicht, das ist ein nicht zertifiziertes Betriebssystem. Man darf also nur das booten, was auf dem Rechner drauf ist. Meine Empfehlung ist immer, wenn man darauf verzichten kann, UEFI abschalten, wenn es geht. In den Einstellungen von BIOS, also mit Taste F2 oder mit Escape oder wie auch immer, Taste F6, haben einige Rechner auch, gibt es meistens Einstellungen, wo man dieses UEFI Secure Boot abschalten kann oder den sogenannten Compatibility Support Modus, absichtlich kompliziertes Wort vom Hersteller gewählt, damit man nicht weiß, dass es einfach bedeutet, normal booten. Das kann man dort dann einschalten. Es kann aber passieren, dass dann das Betriebssystem, was vorher auf dem Rechner war, nicht mehr starten will, weil das überprüft, ist dieser Sicherheitsmechanismus aktiv und wenn der nicht aktiv ist, dann verweigert es einfach den Start. Dann muss man gucken, finde ich eine Linux-Distribution, die mit diesem Secure Boot umgehen kann. Ich selber habe ja auch eine Distribution, musste mich mit dem Problem auseinandersetzen und habe das dann dort so gelöst, und jetzt auf die Webseite gehen. So, einfach suchen nach Knoppix und UEFI, dann findet man eigentlich als erstes Ergebnis die Anleitung, wie es geht. Dieser blaue Bildschirm kommt, wenn man versucht, das Knoppix zu starten auf einem Rechner, wo dieses UEFI Secure Boot eingeschaltet ist. Da steht, was man jetzt machen soll, leider auf Englisch, das ist aber so in diesem Bootloader integriert, der hat also keine automatische Übersetzung. Da steht, dass die Datei loader.efi eingetragen werden muss in das UEFI Secure Boot mit einer Prüfsumme, damit die gestartet werden kann. Klingt schon relativ kompliziert, sind aber nur zwei Klicks. Also mache ich genau das, was er mir gesagt hat, starte dieses Tool, klicke auf loader.efi und sage dann, bitte trag diese Prüfsumme ein und dann startet es. Juhu. Ja, also es geht. Es gibt einige Linux Distributionen, die kommen mit einem Bootloader, der UEFI Secure Boot kann. Man muss einmal über diese Hürde hinaus, dass der Rechner sagt, nee, du musst das erst eintragen, du musst das wirklich erlauben und du verlierst alle Garantie und die Milch im Kühlschrank wird schlecht und alles ganz schlimm und so. Und wenn man da mal durch ist und das eingetragen hat, ab dann startet der Rechner tatsächlich das Linux von USB-Stick oder von CD oder DVD und später eben auch von der Festplatte, weil man die Prüfsumme des Bootloaders eingetragen hat. Gut, wie kommt jetzt Linux auf meinen Computer drauf? Die meisten Linux Distributionen, die man so im Netz runterladen kann, unterstützen das sogenannte Dualboot. Das heißt, Dualboot, nicht Boot. Gut, das heißt, die erkennen, wenn schon ein anderes Betriebssystem installiert ist und installieren dann entsprechend einen Bootloader, der nachher beide Betriebssysteme beim Rechnerstart zur Auswahl anbietet. Wichtig, immer bevor Sie sowas versuchen, Backup aller Daten. Und zwar wichtiger als das Betriebssystem zu backuppen, da gibt es immer eine Recovery CD oder eine Möglichkeit, das Betriebssystem neu einzurichten, sind Ihre eigenen Daten, Ihre Fotos, Ihre selbstgemachten Word-Dateien, Excel, was auch immer auf dem Computer drauf ist, was Sie selber erstellt haben, weil wenn die weg sind, kriegen Sie die so leicht nicht wieder. Also USB-Festplatte dranhängen, alles erstmal rüber kopieren, Daten sichern und dann können wir loslegen und schauen, ob wir das mit dem Dualboot hinkriegen, dass man nachher beide Betriebssysteme starten kann. Sollte genügend Platz auf der Platte frei sein, gegebenenfalls bietet die Linux Distribution an, die Windows Partition zu verkleinern, damit für das Linux nachher genügend Platz da ist. Ja, traditionell ging es dann so weiter, man installiert von einer DVD des Linux, wo alle Daten drauf sind oder eben vom USB-Stick, wenn der Rechner kein DVD-Laufwerk mehr hat, der hier hat auch schon keins mehr. Das heißt, die gesamte Installation funktioniert dann ohne Internet. Später kann man dann per Internet auch jederzeit aktualisieren. Das mit dem Aktualisieren ist so ähnlich wie bei Windows. Security Updates und so meldet der Rechner und bietet an, ob man das installieren möchte oder nicht. Und man kann bedenkenlos auch mal Nein klicken und sagen, nee, ich möchte jetzt arbeiten und verliert dadurch keine Funktionalität. Die modernere Variante ist, dass man sich nur ein sogenanntes Net-Install-Image runterlädt, auch auf DVD oder auf USB-Stick installiert. Dieses hat ein ganz, ganz kleines Linux-System drin, was gerade mal einen grafischen Desktop hat, sodass man den Rechner bedient kann und dann auswählen lässt, was möchte ich jetzt tatsächlich unter Linux installiert haben. Und dann holt es sich all diese Softwarepakete in der aktuellsten Version aus dem Internet. Das heißt, man muss dem Rechner dann während der Installation Internetzugang geben, per WLAN oder per WLAN. Und dann kann dieses Net-Install sich die Software selber aus dem Repository holen. Hürde bei der Installation eines Linux-Systems ist meistens den Computer erst mal zu überreden, von was anderem zu booten als von der Festplatte. Und da unterscheiden sich einfach die Rechner. Das hat also nichts mit Linux zu tun. Bei einigen Rechnern muss man F8 drücken. Dann kommt ein Menü, wo man auswählen kann, von welchem Laufwerk man starten möchte. Bei einigen ist es auch F9, F10, F11 oder F12. Und bei einigen Rechnern ist es sogar die Escape-Taste, die man drücken muss. Ganz links auf der Tastatur, damit dieses Menü erscheint. Ich kann das mal zeigen. Habe ich mal vorbereitet. Auf meiner Platte ist ein kleines DVD-Image. So, da drücke ich hier Escape. Ich mache es mal etwas größer, damit man es besser erkennen kann. Und zoomen. Genau. Das ist dieses Boot-Menü. Und hier stand schon ganz vorne, es erscheint nur für ein paar Sekunden, Press-Escape für Boot-Menü. So schnell kann meistens keiner gucken. Also oft sagt der Rechner auch, was man tun soll, damit dieses Boot-Menü kommt. Und dann ist dieser Hinweis auch schon wieder weg. Also mein Tipp wäre, wenn man es nicht weiß oder wenn diese Meldung gar nicht erst erscheint, wie wild auf den Tasten F8, F9, F10, F11, F12 und wieder zurück drauf zu tippen und wieder loszulassen. Und irgendwas passiert dann meistens. Wenn stattdessen das BIOS-Setup kommt, dann war es falsch. Aber da steht dann wenigstens drin, welche Taste man gedrückt hat, um da hinzukommen. F2 ist bei vielen Notebooks das BIOS-Menü, aber bei dem hier ist es F9. Ja, gut. Und bei diesem virtuellen PC, den ich da gerade gestartet habe, da ist es halt die Escape-Taste. Damit kann ich mir jetzt das Laufwerk aussuchen, wo mein Installationsmedium drin sitzt. Und in dem Fall ist es hier die DVD mit einem KnopX Live-System. Kann ich jetzt auswählen. Und das ist jetzt der Linux-Bootloader von dem KnopX Live. Wenn ich jetzt hier einfach Return drücke oder ein Weilchen warte, dann startet das Linux-System, erkennt die Hardware, lädt die grafische Oberfläche und dann kann ich an der Stelle auch schon arbeiten. Das ist jetzt aber kein System zum Installieren gewesen, sondern ein Live-System, was komplett von DVD beziehungsweise von USB-Stick läuft und gar nicht installiert werden muss. So, also wenn man die Taste gefunden hat, womit dieses Boot-Menü kommt, dann kann man weitermachen und sich anschauen, was der Rechner dann macht. Und jetzt kommt natürlich die nächste Frage, welches Linux hätten es denn gern? Die Qual der Wahl. Das ist auch vielleicht so ein kleiner Haken bei Linux. Es gibt so viele. Grundsätzlich kann ich sagen, es gibt fast jedes Programm bei jeder Linux-Distribution. Egal, ob Sie Ubuntu, Debian, SUSE, BIND, was auch immer nehmen. 200, 300 Linux-Distributionen gibt es zur Auswahl. Die Software, die es dafür gibt, ist bei fast allen gleich. Also da unterscheidet sich es in der Auswahl kaum, aber in der Benutzerführung und ob es die Distribution auch in der gewählten Sprache gibt, wie benutzerfreundlich die ist, ob die eher für Entwickler gedacht ist oder eher für Einsteiger. Für Einsteiger wird oft Ubuntu empfohlen oder das Linux Mint oder OpenSUSE. SUSE ist eine deutsche Firma gewesen, die ist dann an Novell gegangen, aber viele Dinge, die für deutsche Anwender wichtig waren, damals ISTN, sind dort besonders gut berücksichtigt gewesen. Ja, das wäre für Einsteiger eine gute Wahl. Für experimentierfreudige Menschen, die sagen, ach, mit sowas einfach zu installieren, gebe ich mich gar nicht ab. Ich will leiden und ich möchte wirklich von Grund auf sehen, wie der Rechner sich quält, um diese Linux-Distribution irgendwie auf die Platte zu bekommen. Die nehmen Debian, Gentoo oder Arch Linux. Gut, das war übertrieben. Also die lassen sich auch recht einfach installieren, aber dort ist die Nacharbeit ein bisschen größer. Also bis alles so schön eingestellt ist, wie bei den anderen schon von vornherein, Das dauert bei Debian, Gentoo oder Arch Linux halt ein bisschen länger, bis man alles gefunden und zusammengesucht hat und installiert und konfiguriert hat. Ein guter Punkt, um zu gucken, wie so eine Linux-Distribution aussieht und sich anfühlt und auch Bewertungen zu lesen, ist die Seite DistroWatch. Die enthält auch eine Liste der 100 am meisten nachgefragten Distributionen. Wenn man also nach der Menge der Installationen gehen möchte, welche Linux-Distribution ist im Moment die beliebteste, dann ist es ein ganz guter Einstiegspunkt, dort mal durch die Liste durchzugehen und zu schauen, was käme dann von diesen Sachen für mich in Frage. Ich gehe mal auf die Webseite drauf. DistroWatch.com Ja, sehr viel Englisch. Also selbst wenn man die Seite auf Deutsch umstellt, einige Linux-Distributionen haben halt nur eine englische Beschreibung. Diejenigen, die auch eine deutsche Beschreibung haben, da ist es dann in beiden Sprachen angegeben. So, ich klicke mal auf Deutsch. So, und hier rechts sieht man, im Moment ist die am häufigsten nachgefragte und runtergeladene Distribution Manjaro. Die kenne ich gar nicht so gut. Mint kommt schon an Platz 2, Ubuntu an Platz 4, Debian an Platz 6, sowohl Debian meines Erachtens jetzt nicht so für Anfänger geeignet ist. OpenSUSE an Platz 9. Irgendwo ist meins auch mit dabei. Ja, Platz 55, was auch klar ist, weil Knopix halt nicht installiert wird. Es ist die am häufigsten nicht installierte Distribution der Welt, weil es eben auch von USB-Stick läuft und gar nicht auf die Platte installiert werden muss. Gut, und noch viele weitere. Einige davon haben so ein bisschen einen Fokus auf Multimedia zum Beispiel, LibreELEC. Das ist eine Distribution für Smart-TVs. Das meldet sich mit einem bunten Menü, was man mit einer ganz normalen Fernbedienung bedienen kann, wo man dann Livestreamen kann, wo man sich Multimedia-Daten runterladen kann, wo man YouTube angucken kann und so weiter. Das sieht wirklich aus wie ein Smart-TV. Das können Sie auf dem Raspberry Pi zum Beispiel installieren, an den Fernseher hängen und dann haben Sie aus Ihrem normalen Fernseher ein Smart-TV gebaut für ganz wenig Geld. Gut, also da kann man sich diese Sachen angucken und bekommt auch einige Infos dazu. Ich gucke mal, ob hier beim Knobbix die deutsche Beschreibung mitgeliefert wird, wenn man draufklickt. Ja, da ist es dann automatisch, wenn man die Seite auf Deutsch umgestellt hat, auch auf Deutsch. Die haben noch die Version 8.1. Aktuell wäre 8.2, aber die ist noch nicht wirklich offiziell released, sollte in den nächsten paar Tagen kommen. Bitte? Ja, fragen Sie ruhig, wenn Sie eine Frage haben. Ja, gut. Ja, es ist so, wenn, auch da ist es so, ich werde manchmal auch für meine Arbeit bezahlt. Es ist selten, aber es kommt vor. Und dann fordert zum Beispiel ein Magazin eine DVD an, speziell mit Dingen, die zu den Artikeln in diesem Heft passen. Das mache ich dann für das Magazin. Die dürfen mit dieser DVD machen, was sie möchten, dürfen sie ja auch als Open Sources, Quelltext und alles, werden mitgeliefert oder sind auf Wunsch erhältlich. Aber ich selber garantiere dann, dass ich diese Version nicht veröffentliche. Die wollen ja ihr Heft verkaufen. Wäre kontraproduktiv, wenn ich das jetzt selber noch zum Download anbiete. Und andere Versionen, wenn mir was Neues einfällt, was ich unbedingt mal ausprobieren möchte oder es wichtige Security-Updates gibt oder generell mal was general überholt werden muss, der Linux-Körnel für neuere PCs anzupassen, dann gibt es ein Public Release, das geht dann über meine Webseite, die kann man dann runterladen als ISO-Image, was sich auch auf dem USB-Stick installieren lässt, sodass der bootfähig wird. Daher kommt es. Also manchmal sind es wirklich Spezialversionen. Und es gibt auch Knoppyx-Versionen, die sehen aus wie Windows für spezielle Anbieter, die Datenrettungssoftware für Windows anbieten, aber mit einem Knoppyx drunter, weil man eben das Windows nicht mitverteilen darf. Da wird dann halt der Emulator Wine verwendet, um diese Rettungssoftware, Windows-Rettungssoftware laufen zu lassen unter Linux. Also es gibt ziemlich viele Derivate. Auf Wikipedia gibt es so ein Diagramm von Derivaten von verschiedenen Linux-Distributionen. Da sieht man, wie sich das so auffächert, wer von wem was kopiert hat und das ist legal. Also man kann eine Linux-Distribution nehmen, was Tolles Neues drauf bauen, dem auch einen neuen Namen geben, man muss nur dokumentieren, wo es herkommt. Und dann dürfen Sie diese neue Distribution auch wieder veröffentlichen. Ist also auch für Bastler ein schönes Betriebssystem, wenn man was Neues machen möchte, etwas Modifiziertes für spezielle Zwecke, dann kann man sich an den bestehenden Linux-Distributionen bedienen. Ja, andere Variante, wenn man Linux jetzt nicht so oft benutzt, kommt auch vor, zum Beispiel nur für die Datenrettung, man hat sich mal wieder was gelöscht oder es ist ein Programm verschwunden oder irgendwo hat sich ein Virus auf dem Rechner eingenistet und man kommt an den Virus nicht dran, weil das Betriebssystem, was drauf ist, das nicht zulässt, startet man Linux von einem anderen Datenträger. Damit ist das Betriebssystem, was auf dem Rechner drauf ist, ja erstmal deaktiviert. Das läuft ja nicht. Solange von meinem USB-Stick ein Linux läuft, ist das Windows auf dem Rechner macht nichts. Es schläft einfach. Ja, ich kann mir dann also von dem Linux-System aus einen Linux-Viren-Scanner laufen lassen, gucken, ob ich Windows-Viren finde, die löschen, Windows reparieren und dann Rechner neu starten und hoffen, dass er dann natürlich wieder geht. Und falls nicht, kann ich mir immerhin mit dem Linux-Daten runterkopieren, das Windows neu installieren und die Daten wieder zurückspielen. Dafür sind diese sogenannten Live-Distributionen, deren Special Features es ist, dass man es nicht erst auf Platte installieren muss, sondern es läuft sofort von dem Datenträger, der runtergeladen wurde. Fast jede aktuelle Linux-Distribution hat so eine Live-Version auf USB-Stick oder DVD und bei einigen ist diese Live-Version sogar identisch mit der Installations-Version. Das heißt, da kann man sich beim Starten auswählen, möchte ich es jetzt gleich installieren oder möchte ich es erst mal testen, um Eindruck zu gewinnen, funktioniert das, hat das alles, was ich brauche, sind die Übersetzungen alle okay, komme ich damit auf meinem Rechner ins Internet und funktioniert die ganze Hardware an meinem Rechner mit dieser Distribution. meine eigene ist halt eins, was vielleicht etwas anders als andere Distributionen gar nicht auf Platte installiert wird, sondern wirklich nur von USB-Stick oder DVD läuft, dafür ist es dann ausgelegt und speichert auch alle Daten auf dem Datenträger, von dem es gestartet wurde, verändert also auf der Festplatte erst mal gar nichts. Ja, man kann damit trotzdem arbeiten. Nehmen wir uns mal zum Beispiel das Linux Mint raus, ist ja eine der beliebten Distributionen gerade für Einsteiger. Spielen wir mal die Installation dort einfach mal durch. Wir finden raus, wie man den Rechner überzeugt, von diesem System zu booten. DVD oder USB-Stick, also nach Drücken von F8 bis F12 oder Escape, je nach Computer, kommt dann so ein Bildschirm, da steht dann der Bootloader drin, der ist relativ unspektakulär, Linux Mint und dass er jetzt den Systemkern lädt und losstarten will. Ja, mit ein bisschen Glück, nicht allzu viel, die meisten Distributionen erkennen die Hardware ja auch automatisch, hat man dann nach einiger Zeit eine grafische Oberfläche. Im Fall von Linux Mint ist das tatsächlich eine, wo man schon was machen kann, ausprobieren kann, auch Spiele spielen oder vielleicht sogar ein Office-Programm starten kann und hat oben noch so ein Install Linux Mint, also Linux Mint auf Festplatte installieren, das Installationsprogramm und kann das dann starten. Ist hier schon mal passiert? Als erstes kommt natürlich die Auswahl der Sprache. Der Computer und das Programm kann nicht wissen, welche Sprache sie sprechen. Dafür müsste es auf ihrer Festplatte nachgucken, ob da irgendwelche Hinweise sind und keine Linux Distribution durchsucht ihre Platte nach irgendwelchen Einstellungen, nur um rauszufinden, welche Landessprache sie gerne installiert hätten oder in welcher Zeitzone sie sind. Das fragt das Linux ab. Also die erste Frage, die bei fast jeder Installation kommt, ist, welche Sprache hätten sie denn gerne? Ja, da wählen wir Deutsch aus und dann fragt er, ist genügend Speicherplatz frei? Falls es nicht der Fall ist, bietet die Distribution an, Windows Speicher zu verkleinern oder auch das alte System zu löschen. Wenn man einen neuen Rechner gekauft hat und möchte den alten exklusiv für Linux verwenden, kann man das natürlich machen. Vorher wieder, wie gesagt, Backup machen von den wichtigen Daten und dann kann man die Platte einfach löschen und das Linux auf dem Rechner installieren. Hier wird auch schon gesagt, man sollte mit dem Internet verbunden sein, damit man eben die aktuellste Software installieren kann. Keine Internetverbindung ist in dem Fall halt das Kriterium, dass man nicht alles installieren kann, sondern nur so ein ganz kleines Basissystem. Ja, dann kommt, da muss ich mal meine Lupenfunktion hier einschalten. Hier der Hinweis, auf der Platte ist momentan kein anderes Betriebssystem installiert, also bietet er an, Festplatte löschen und exklusiv Linux installieren. Man kann die Installation auch verschlüsseln lassen oder einen sogenannten Logical Volume Manager installieren, ist eher für Fortgeschrittene gedacht, dass man die Partitionen dynamisch vergrößern und verkleinern kann. Die meisten werden einfach hier oben das auswählen, einfach Linux installieren und dann auf Weiter klicken. Ja, jedes Mal bevor Änderungen durchgeführt werden, wird gefragt, ob man das auch möchte. Ja, dann klickt man weiter. Tja, dann wird gefragt, wo befinden sie sich gerade? Totale Überwachung. Nee, natürlich nicht. Hier wird nur die Zeitzone abgefragt, in der sie sich befinden, damit das System die Uhr über das Netzwerk richtig stellen kann. Ja, Windows benutzt manchmal etwas eigenwillige Einstellungen für die Zeit. so eine Mischung aus der Zeit, die im BIOS des Rechners eingestellt ist und einer manchmal amerikanischen, manchmal englischen Zeitzone und manchmal auch Local Time. Dann ist die BIOS-Zeit identisch mit der eingestellten und funktioniert die Umstellung auf Sommerzeit aber oft nicht richtig. Also hier wird die Zeitzone einmal abgefragt, damit die Uhr richtig gestellt werden kann übers Internet, sodass die Uhrzeit immer stimmt. dann darf man sich noch die Tastatur auswählen, unabhängig von der Sprache. Es gibt auch Leute, die deutsche Sprache haben möchten, aber englische Tastatur oder umgekehrt oder man hat eine spezielle Schweizer Tastatur, gibt es auch und möchte die benutzen. Da kann man das unabhängig von der Sprache einstellen. Man braucht keine Treiber. Das ist alles im Linux-Kernel drin. Ja, der Rechner braucht einen Namen. Das ist unter Windows auch so, damit man ihn im Netz identifizieren kann und Sie müssen sich einen Namen ausdenken für Ihren Benutzer, der auf dem System arbeiten können soll. Meistens nimmt man dort Vorname, Nachname und darf sich dann auch ein Passwort aussuchen. Der Hinweis, das Passwort ist zu kurz, ist bei vielen Distributionen nur ein Hinweis. Das heißt, wenn man als Passwort 123 nehmen möchte und das zweimal eingibt und zweimal auf OK klickt, dann nimmt er das trotzdem. Würde ich nicht empfehlen, aber kann man durchaus machen. Man kann auch automatische Anmeldung wählen, dann wird man nach dem Passwort gar nicht mehr gefragt und ist sofort angemeldet. Das würde sich für Rechner eignen, wo nur eine Person dran arbeitet. Ja, dann sind eigentlich alle Einstellungen gemacht. Oft ist es auch so, dass man dann noch aussuchen kann, ich möchte einen Rechner zum Spielen oder speziell für Multimedia oder Videoschnitt oder ich möchte auf dem Rechner wirklich nur arbeiten, Office installieren, wählt er noch die Pakete aus oder man sagt einfach Standardinstallation und dann fängt er an, aus dem Internet die entsprechenden Softwarepakete runterzuladen und installieren. Und im Live-Modus kann man dann währenddessen ein Spiel spielen oder Fernsehen gucken oder was auch immer. Das stört bei der Installation nicht, weil das System ja im Moment von dem zweiten Datenträger läuft, also von dem USB-Stick oder der DVD. Ja, und wenn das dann fertig ist, läuft hoffentlich ein Linux auf dem Rechner. Gut, ja, das war eigentlich so das Wichtigste. Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 16.56 Uhr. Es war nicht ganz eine halbe Stunde, aber ich habe mir Mühe gegeben. Ja, damit Sie nicht mit leeren Händen nach Hause geben, habe ich die Knopx 8.3 mitgebracht auf DVD. Ja, zum Verteilen. Können Sie auch zwei mitnehmen. Lassen Sie es einfach rumgehen, damit man mitnehmen kann. Ich weiß, dass DVDs im Aussterben sind. Es tut mir leid, aber das Problem ist halt, USB-Sticks zum Verteilen sind zu teuer. Machen auch die Magazine nicht und vielleicht finden Sie noch einen alten Rechner, wo Sie dieses Image einfach auf einen USB-Stick kopieren oder einmal starten und auf dem Desktop dann Knopx auf USB installieren klicken können. Damit lässt es sich dann sehr leicht auf einen USB-Stick, der mindestens 8 GB groß sein muss, installieren und läuft dann auch komplett vom Stick. Ja, die Frage war hier, Benutzer, kann man den Benutzer ändern? Bei Knopx können Sie den Benutzer leider nicht ändern. Wenn Sie es trotzdem machen möchten, ist das sehr hoher Konfigurationsaufwand, aber das brauchen Sie eigentlich auch nicht. Wenn Sie Knopx starten, läuft das Knopx-System. Wenn Sie Windows starten, läuft das Windows-System. Unter Knopx können Sie auf alle Daten von Windows zugreifen, egal mit welchem Benutzer Sie da angemeldet waren. Insofern braucht man da auch keine spezielle Benutzerkennung einzustellen unter Linux, damit es die gleiche ist wie bei Windows oder einen Admin-Benutzer braucht man dort auch nicht. Also bei Knopx. Bei anderen Distributionen mag das anders sein. So, ja, hier sind dann noch über den Linux-Presentation-Day in dessen Rahmen dieser kleine Vortrag stattfand. Noch ein paar Flyer. Ich würde sagen, die URL, die steht da eigentlich in dem Vortrag drin, aber wenn Sie so einen Flyer haben möchten, nehmen Sie sich einen mit. Ansonsten können Sie ihn auch gerne hier lassen für den nächsten Kurs. Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Ja, die sollten wir auch auf jeden Fall nutzen. Bitte. Sie hatten vorhin gesagt, dass Linux den Vorteil hat, dass man, wenn man eine neue Version gestellt bekommt, dass man sagen kann, ja, will ich, aber will ich gerade nicht. Genau. Ist das dann abhängig von der jeweiligen Distribution, die man sich runtergeladen hat, wer dieses Update stellt? Ja, das ist in der Regel der Hersteller selber, stellt ein Repository bereit, also einen Rechner im Internet, der die Updates liefert. Sie können, wenn Sie das so konfigurieren, auf Ihrem Rechner auch ein anderes Repository wählen. Ich kann also unter Debian zum Beispiel auch Update-Pakete von Ubuntu installieren. Manchmal passen die nicht so richtig ins System, dann bekomme ich einen Vorschlag, wie ich das lösen könnte, dass ich eben noch mehr Ubuntu-Pakete installiere, die dann mit diesen Ubuntu-Paketen kompatibel sind. Oder eben umgekehrt, dass es vielleicht eine neue Version in Debian gibt, die dann neue Debian-Pakete brauchen will. Ja, Sie werden also immer vorher gefragt und es wird gesagt, was wird passieren, wenn Sie jetzt auf Ja klicken. Manchmal werden auch andere Sachen deinstalliert, damit eine neuere Version eines anderen Paketes installiert werden kann. Das erfährt man aber vorher. Also grundsätzlich, wie gesagt, die Programme sind nicht arg unterschiedlich zwischen den Distributionen, aber das Paketsystem, wer liefert was, in welcher Version, das ist schon herstellerspezifisch. Man kann wechseln zwischen den Repositories, aber im Regelfall ist man mit dem, was der Hersteller anbietet, für die Distributionen ganz gut bedient. Wir sprachen von Lineage-Android. Ja. Lineage-OS. Ehemals Cyanogen-Mod. Es ist mit Routen. Lineage-OS. Lineage-OS ist die Android-Version auf der Basis des offiziellen Open-Source-Android von Google, ohne proprietäre Erweiterungen. Und die bauen das für ganz viele Geräte. Mal gucken, das müsste hier unter Download sein. Genau, das sind die einzelnen Hersteller. Das geht davon aus, dass Sie auf Ihrem Smartphone bereits einen neuen Bootloader haben, also das Recovery so weit vorbereitet haben, dass es akzeptiert, dass Sie jetzt ein anderes Betriebssystem runterladen können. Einige Smartphones unterstützen das von Haus aus, wenn Sie beim Einschalten des Smartphones die Lautstärketaste nach oben oder unten gedrückt halten. Dann geht das in einen Modus, da steht da entweder Fastboot oder Recovery. Und in dem Modus kann man dann neue Betriebssysteme auf das Smartphone draufladen. Bei anderen muss man es erst freischalten. Bei HTC zum Beispiel muss man über eine Webseite gehen und sich erst einen Key schicken lassen. Das ist ein bisschen aufwendig, um das so freizuschalten, dass man das Lineage-OS installieren kann. Hat man das getan, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, ein recht aktuelles Android auch für ganz alte Smartphones zu installieren, ohne dass der Hersteller noch irgendwelchen Support dafür liefern müsste. Ganz konkret. Mhm. Schauen wir mal. Welches Samsung haben Sie? Galaxy Tab? Galaxy Note? Note 2, Note 3. Also 2. Ja. Genau. Unter download.lineageos.org oder devices.lineageos.org kann man sich die entsprechende Version runterladen. Da ist dann auch immer ein Tipp dabei, dass man eventuell zuerst ein neues Recovery installieren muss bei einigen Smartphones, damit man das installieren kann. Ja, es ist nicht ganz leicht, aber es kommen öfter Studenten zu mir und fragen, ob ich mal dieses Smartphone flashen kann, weil sie haben es satt, dass keine Updates mehr kommen, keine aktuelle Software läuft mehr und so weiter. Sie haben die Daten schon gesichert. Und dann sagen wir, okay, investieren wir die Viertelstunde und bisher hat es in allen Fällen geklappt. Es müssen ungefähr 100 gewesen sein bisher. Ja. Über das Recovery könnten Sie das alte zurückspielen, wenn Sie es vorher gesichert haben. Dafür gibt es bei jedem Smartphone unterschiedliche Prozeduren. Manchmal bieten die Hersteller auch solche Images als ZIP-Datei an, dass man den alten Zustand wieder herstellen kann, weil die es selber halt verwenden, wenn jemand was auf Garantie einschickt. Da müsste man sich erkundigen. Aber es ist tatsächlich so, speziell bei Android-Smartphones, selbst wenn das nur noch schwarz ist und es scheint gar nichts mehr zu gehen, gibt es immer noch einen Boot-Modus, in dem man ein neues Recovery einspielen und das Betriebssystem restaurieren kann. Auch da wieder, je besser man sich auskennt mit der Technik, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt oder Sie fragen jemanden, der das schon mal gemacht hat. Also bisher, wie gesagt, haben wir alle Smartphones wieder zum Laufen bekommen, bei denen wir das getestet haben. Auch wenn manchmal so Zwischenstände waren, die sehr traurig aussahen. Also meins hatte ich auch schon mal so, dass es einen roten Bildschirm gestartet hat mit chinesischen Schriftzeichen drauf, wo ich erstmal rauskriegen musste, wo man jetzt auf OK klicken muss. Aber selbst das ging dann wieder und hat jetzt das aktuelle Lineage OS drauf. Kann ich sehr empfehlen, das ist sehr stabil und erlaubt auch, dass man Software installiert, die der Hersteller gar nicht vorgesehen hat. Zum Beispiel diesen 3D-Fotomodus, wo man so kugelförmig Bilder machen kann, in denen man sich dann bewegen und rumlaufen kann, was eigentlich nur für ganz wenige Smartphones freigegeben ist, aber das läuft mit dem Lineage OS auch auf der Kamera. Ja, in Kaiserslautern oder in zwei Brücken. Oder Sie fragen mal in einem Forum. Es gibt auch manchmal welche, die helfen oder auch einen Preis anbieten für 20, 30 Euro, dass Sie dann das Smartphone neu flashen mit einem Lineage OS. Ja, LineageOS.org. Wenn es da nicht drin ist, gibt es noch die In-Official-Bilds. Ja, das ist dann für Geräte, die schon lange nicht mehr unterstützt werden oder Exoten sind, wo vielleicht nicht alles funktioniert. Dann geht vielleicht Bluetooth nicht, aber dafür geht dann die Kamera. Für so ein ganz altes HTC Chacha haben wir auch eine Android-4-Version hier bei LineageOS gefunden und die funktioniert besser als das 2.2er, was vorher drauf war. Applaus 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 Applaus